Er jubelte nicht auf. Still, mit leisem Bedauern konstatierte er, dass es so hatte kommen müssen. Damit entschuldigte er sich gleichsam vor dem Opfer und vor denen, die der Opferung zusahen und sehr selten auch vor sich selbst. Diese Art des Siegens bedingte auch die Art des Angreifens. Kupfer kam nicht hinterrücks. Er hatte es nicht nötig, den Ausersehern in Sicherheit zu wiegen und dann unvermittelt zuzustoßen. Sein Sieg war ja von vornherein gewiss. Er hütete sich auch sorgsam, allzu grobe Schliche anzuwenden, Dinge zu tun, an denen man ihm größere Unkorrektheit hätte nachweisen können, als ihm, dem nun einmal Mächtigeren, schweigend zugestanden werden musste. Das Begreifen und sich zu Nutze machen der unscheinbarsten Gelegenheiten erlaubte es ihm, auf die Auswertung von Bedeutenderen manchmal zu verzichten. Sich derart plötzlich den Anschein großzügiger Objektivität zu geben. Auf ihren Ausgangspunkt verwendete er große Aufmerksamkeit. Er wählte seine Opfer wie ein Gourmet das schmackhafteste vom Wildbret. Die saftigsten Stücke suchte er sich aus und tranchierte sie mit einem Behagen, das allein schon sättigte. Ganz leistungsunfähige, ganz dumme, verschluckte er als Beilage. Nahm sie eben mit, weil sie just zur Hand waren. Das bot keine Anregung und beschäftigte ihn nicht sonderlich. Ihre schriftlichen Arbeiten wurden ohne Mühe mit nicht genügend klassifiziert und um ganz sicher zu gehen, schoss er nach ihnen mit seinem gefürchteten Giftpfeil den Bankfragen, die nicht beantwortet und nur dann als Prüfung galten. Ansonsten wollte er mit diesem eklern Abhub der Schülerheit nichts zu tun haben und übersah ihn. Umso schärfer fasste er die Hauptstücke seiner Vernichtungsaktion ins Auge. Schwächlinge, die vielleicht beim ersten Anhieb zusammengeknickt wären für immer, Hysteriker, die in einem plötzlichen Anfall irgendetwas Unberechenbares hätten tun können, von Natur aus desinteressierte Elefantenhäuter, die vermied er mit sicherem Instinkt.